Zur Powerpoint-Präsentation Übungen zum R zur letzten Folie Per la musica fara di tutto Sie haben die betonten Silben fett gedruckt und die unterstrichenen Teile werden wie ein Wort gesprochen Per la musica fara di tutto Und Sie werden merken, wenn Sie das Per nicht isoliert sehen, sondern als Perla anschauen, wird es Ihnen auch leichter fallen, das R als Zungenspitzen R zu artikulieren Per la musica fara di tutto La signora Rossi adora le perle La signora Rossi adora le perle L'arcobaleno appare sopra la foresta L'arcobaleno appare sopra la foresta Presto ragazzi correte Presto ragazzi correte Wenn Sie sich einige dieser Aussagen oder Ausdrücke auswendig lernen, können Sie sie immer wieder mal wiederholen. Und wenn Sie sie dann so richtig im Mund haben, so richtig ein gutes Gefühl dabei haben, dann wird auch das R besser kommen. Vorerst Wozniak Ausdrückt Wie ist es so richtig? Gmbh Wie ist es so richtig? Wir sind hier